WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ingo Schäfer, Mitglied des Deutschen Bundestages! Bevor wir ins Eingemachte gehen, kann ich mich nur bei euch allen bedanken, dass ihr den Wahlkampf so mitgemacht habt, wie ihr den gemacht habt. Ich weiß, dass es ein langer, langer Marathon gewesen ist. Das war alles andere als ein Sprint. Und ich weiß, dass alle UVs, alle Arbeitsgruppen, alle Arbeitskreise, alle Unterbezirke, alles das getan haben, um das heute möglich zu machen. Vielen, vielen Dank dafür!